Hallo, mein Name ist Daniel Maül und ich unterrichte Oboe an der Musikschule. Das Besondere an der Oboe ist das Mundstück. Und mit dem Schilfrohr fängt alles an. Hier sieht man die verschiedenen Schritte vom Schilfrohr bis zum fertigen Mundstück. So klingt das Rohr allein. Und jetzt hören wir das Mundstück in Verbindung mit der Oboe. So klingt das. Oboe kann man im Alter von sechs Jahren anfangen. Dafür gibt es kindgerechte Instrumente. Wenn ihr neugierig geworden seid, kommt einfach vorbei für eine Schnupperstunde. Ach übrigens können wir auch als Erwachsenen mit der Oboe anfangen. Musik 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 Musik